Danke an über 500 Abonnenten in nur 4 Monaten. Das ist mir doch ein kurzes Dankeschön und Willkommen Video wert. Deshalb herzlich willkommen und danke an alle von mir und hier bei Cookst du mit Kalle. Einst war Kochen mein Beruf, jetzt ist Kochen meine Berufung. Und hier ist der Beweis, dass ich mit Liebe koche. Ich bin mir sicher, in den über 200 Videos, die ich inzwischen erstellt habe, ist für jeden etwas dabei. Von A wie Apfelgelee bis Z wie Zwiebelkäsebrot wage ich mich an alle möglichen und unmöglichen Dinge heran. Selbst Backen wird mehr und mehr zu einer Leidenschaft. Obwohl ich zugeben muss, als Koch habe ich früher wenig gebacken und auch gar nicht so gerne. Aber da kommt so allmählich eine Leidenschaft auf. Meine größte Leidenschaft ist jedoch selbstgemachtes und eingekochtes. Schaut euch gerne mal in meinen Playlists um. Wie gesagt, ich bin mir sicher, da ist für jeden was dabei. Ich freue mich schon auf die nächsten Rezepte und ich hoffe, ihr tut das gleiche. Und noch einmal Danke an alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Kalle.